Ja, liebe Gartenfreunde, heute mal ein anderes Format. Heute geht es darum, ich muss den Graben aushacken von unserem Grundstück. Und da nehme ich euch heute mal mit, weil im Garten ist momentan nicht viel zu tun. Und hier oben ist noch jede Menge Arbeit und da möchte ich euch jetzt mal mitnehmen. So, wie ihr sehen könnt, hier ist der Graben und der verläuft sich komplett einmal hier unten entlang. Und den muss ich einmal komplett aushacken, weil das Wasser ist schon in die Wiese gelaufen vor einigen Wochen. Und das kann natürlich nicht sein. So, was natürlich als erstes gemacht wird, erstmal hier rein und den Rand komplett einziehen. Mal aufpassen, ob das mal nicht reinfällt. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Alter Vater, was ist das so voll? Schaut mal, ich roll den einfach so hier raus. Untertitelung des ZDF, 2020 Schaut euch das an! Alter Vater! Alter Vater, was ist das so voll? 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 Also eins weiß ich, solange bleibt das hier nicht so voll. Alter Vater, was ist das so voll? Alter Vater, was ist das so voll? Boah, sehr anstrengend. Nichts zu empfehlen. Boah, sehr anstrengend. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Und so sieht das Ganze aus, wenn man fertig ist. Hier ist wieder alles frei. Hier hinten geht er weiter. Jetzt gehe ich gerade mal drüber. Hier hinten steht noch eine alte Viehhütte. Und läuft dann hier hinten in die Bach rein. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich gehe mich jetzt duschen und trinke einen Kaffee. Jetzt ist es erstmal Feierabend. Jetzt ist es erstmal Feierabend. Ich gehe jetzt mal.